Hi, ich bin Julian, ich bin 25 Jahre alt und ich freue mich hier zu sein. Ich habe Bock auf die Aufgabe hier, bin individuell einsetzbar, ob auf der Außenbahn oder auch auf anderen Positionen und hoffe, dass ich das zeigen kann. Ich denke, dass ich mich sportlich hier gut weiterentwickeln kann und den nächsten Schritt gehen kann. Die Philosophie des Vereins passt auch sehr gut zu mir.